Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA 13 mit Dortmund Jetzt müssen wir gegen Hannover spielen Es müsste, glaube ich, der sechste Spieltag sein Ich guck grad mal Ne, am Bundesliga... Nö Welcher Spieltag ist denn dort? Jetzt steht das irgendwo Ich kann ja ganz einfach gucken Wo steh ich gerade? Da Dortmunds weiter Ja, das ist der sechste Spieltag gegen Hannover Oh ja, das ist ja gut Ja, Großkreuz und Vladykovski kann ich beide raustun Kann wieder Götze rein Ich tue einfach mal hier hinein Vladykovski Weiter gehts Spielen, ja Jetzt bin ich mal gespannt, was Hannover so zu bieten hat Na gut Lägt das grad ein bisschen, ich lass nochmal auslägen Ach, was hat das denn noch? Scheiße Ach, schade Ach, schade Ja, so kann man auch schießen Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Okay, alle gehalten Vielleicht ja immer noch Boah, ey, was ist denn da los, ey? Wo läuft das denn da los Läuft das denn nicht noch Ich meine normal Ein Eine Firmrate Ja, 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 ja Oh Gott, ey Ja, ja, ich weiß Ich muss mal springen mit dem einmal Oh, ich geh mal auf Pause Ja, ganz kurz, ne? Oh, das wird ruhig weitergehen Aus dem Lehrbuch Die Ergebnisse passen Der Tabellenplatz passt Sie sind ein Aspirant für den Champions Cup Es sieht richtig gut aus Aber Es ist noch nicht einmal Saison-Halbzeit Das kann noch spannend werden Jetzt hin Und damit ist der Konzer erstmal gestoppt Lewandowski Scheiße, muss ich mir mal abnehmen lassen Ja Oh, ja, 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 ja Da komm ich noch niemals durch Und mit Dortmund nicht Uah Jetzt hab ich noch mal So Ach Boah Ach Ich bin mal wieder am Ball Pass Ne Und was geht Boah Okay Reuss Boah 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 Oh! Eieiei! Oh, das war failed! Schön gehalten von beiden Fällen! Naja, der Abstoß! Wart, wieso Ecke? Hat der Hannover Spieler dann nicht den Ball berührt? Ach Gott! Komm! Oh, jetzt aber hier! Er ist durch! Er ist durch! Schießt! Boah! Das war knapp, ey! Oh! Man hätte noch ein bisschen weiter laufen müssen! Aber ein guter Konter! Muss man schon sagen von Dortmund! Jetzt! Boah! Kann nichts gewesen sein, ey! Ja, er spielt den Ball nach draußen! Oh! Uiuiui! Und weg damit! Jetzt ist er ein Konter! Schnell! Ach komm, Lüchter! Oh ne, das war gar nichts! Er ist hier hinten und nicht weiter! Sagt der Verteidiger! Ach ne, krieg ich nicht! Scheiße! 21. 21. Minute! Immer noch 0-0! Was macht er jetzt? Abschluss! Ja, weiter Ball! Jetzt! Hannover hat er den Ball! Dortmund hat locker den Ball abgenommen! Uiuiui! Ach, du Scheiße! Das war ein... Ändert zu viel! Ach ne! Hat mein Torwart jetzt! Oder? Nein! Ach komm! Nehmen wir aus den Schulden! Bist du aus! So! 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 Schuss! Pfosten! Oh doch! Scheiße! Schon wieder ne Chance vergeigt! Der Ami... Ami... Wie er heißt! Wie er so ne gute Chance vergeigt, ey! Schon wieder ne Chance vergeigt, ey! Auf den Gegner! Och! Ach... ich hab mal Vorteile, ne? huah, Achtung! Genau hingehen! Götze! Boah! Oh... Jetzt hat man einen schöner Pass! Schuss! Vor! Lewandowski! Ein Konter und Hannover ist weg. Seht euch das an, Leute. Ein Konter und Hannover ist erledigt. Es war kein Abseits. Und in die Ecke. 32 Minuten. Dortmund führt durch Lewandowski. Hannover versucht jetzt alles zu geben, um das 1-1 zu holen. Bringt das was? Oder hat Dortmund die Übermacht? Jetzt kommt er an den Ball. Jetzt kommt er an den Ball. Jetzt kommt er an den Ball. Jetzt fällt er noch nicht im Ball. Ach, schade. Der war eine gute Grätsche. Ach, schade. Schade. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Hm. Schlechtab. Ne, hopp. So, nicht. Einfach. Schau, hier. Boah. Boah. Wie soll ich da durchkommen? Oh ja. Naja. Hätte ich nie anders machen können. Auf jeden Fall. Und. Und. Boah. Aber trotzdem ein guter Schuss. Trotzdem ein super Schuss. Hätte die 2-0 Führung sein können. Ne. Oh, komm. Uah. Uah. Gut gemacht. Schuss! Boah! Haben sie Glück gehabt, Götze! Boah ey! War da nicht nur einer dran von Hannover? Keine Ahnung! Jedenfalls war ein sehr guter Pass! Aber auch ein sehr guter Schuss! Boah! Da war ein Foul! Uiuiui! 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 Nicht mehr! Oh! Was? Oh! Der ging daneben! Der geht rein! Alter! Hannover gibt aber alles! Man merkt's! Danke! Komm schon! Götze! Ist doch nur Hannover! Und jetzt? Schuss! Boah! Boah! Ja, eben gar nix! Es war eine gute erste Halbzeit! Ich hätte noch viel mehr Tore machen können! Aber Hannover hatte auch super Chancen! Aber Hannover hatte auch super Chancen! Hat sie aber nicht genutzt! Stuttgart ist gegen Bayer Leverkusen am verlieren! Oh! 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 0-2 0-2 Augsburg! Werder Bremen! Trennen sich 1-1 zur Halbzeit! Na ja! Die anderen sind nicht so wichtig jetzt! Also es liegt glaube ich alles so weiter unten! Es ist auch Leverkusen! Boah! Nein! Boah! Alter! Was hab ich für ein Glück! Was hab ich für ein scheiß Glück ey! Was hab ich für ein scheiß Glück! Ohne Witz Leute! Sag mir mal was ich für ein scheiß Glück hab! Ho! Alter! Leute! Die hätten schon 3 Tore machen können! So jetzt! Oh komm! Oh! Na! Ich dachte der Rett ist genau um mich zu! Boah! Hm! 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 angesprochen nicht aufpassen muss was ich tue ey was war aber ne mach... ey was! der hat mich doch geschubst! Parschen! Der Leck! Doch, das war nicht gut. Obwohl das eigentlich ein klares Foul war, naja. Ne, das ist nicht so langsam, ne? Ach komm, Hannover. Na unser Ball. Wir brauchen noch ein 2-0. Jetzt wechseln drück ich immer weg, weil es einfach nur... oah, ey. Interessiert mich Hannover, alter. Interessiert mich, hat Hannover wechselt. Bring mir eh nix. Haben die schon, ne? Boah! Hey, das war doch nicht! War Ball! Ey, nee, ey. Schaut euch das an! Oh, okay, ja. Ich hab nicht so früh. Das war leider ein wenig zu früh. Hey! Boah! Jetzt! Das ist aber anstrengend. Oh, du Scheiße, ne? Lass ich mir so leicht den Ball abnehmen, ey. Ist ja peinlich. Oh, ja. Nee, komm, komm. Oh! Nee, komm, komm. Der ist eigentlich haben müssen. Boah, damit. Oh! Nee, krieg ich nicht. Und? Und? Oh! Nee, krieg ich nicht. Und? Ach, Mann. Warum hast du so weit vor? Ein wunderschönes Zuspiel. Gucken. Das Spiel ohne Ball klappt. Reus. Mal gucken. Reus. Reus. Und? Hopp Ball! Boah! Hätten Tor sein müssen. Ach, komm. So, komm. Und? Boah! Ei, ei, ei. Ähm, Scheiß. Scheiße. Nee, jetzt wir brauchen noch 1-2-0, um Hannover abzudecken. Komm! Was sagt die Wahlbesitzstatistik aus? Hier ist sie. Jetzt müsste er angespielt werden. So sieht ein Pass aus. Boah! Gott. Und wir werden einen Eckball sehen. Für die Doktor. Jetzt müssen wir mir wieder Gelb geben. Boah! Pisch-Check, weil wir heiß. Ja. Ich muss eigentlich auch nochmal. Oh! Nee, nee, nee. Ich muss hier am Meilen bleiben. Und? Mann! Scheiße! Gibt es doch nicht! Ich muss wechseln. Sonst sieht es schlecht aus. Ja, Kale ist im Eimer! Im Eimer! Boah! Was ist los mit mir, ey? Kale ist im Eimer. So. Bänder, ja. Ja. Es bleibt mal anderes übrig. Der raus. Schieber durch Reus ersetzen, ja. Na. Es bleibt mal anderes übrig. Reus ist schon im Eimer. Und jetzt wirft er hier alles in die Waagschale. Alles oder nichts. Drei frische Spieler auf einen Streich. Das ist meine Taktik. Durch die letzten 15 Minuten, auf jeden Fall, äh, 15. So, wir haben ja. Okay, 15. Ich hab nicht auf die Ohl geguckt. Ja, cool. So. Ui! Hab nicht. Alles gut. Alles gut. Boah! Junge, ey. Pass auf, du machst, alter. Ne, dann komm ich so nicht durch. Och, Mann! Wo wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion? Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sag Ihnen, da geht noch was in diesem Spiel. Und schon wieder eine Grätsche. Das sieht gut aus. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. So, Alter. War nur ein Konter. Bänder. Hab ich. Da ist doch keiner! Boah! Boah! Alter! Ja, für mich! Boah, scheiße. Boah, 6. Nordmund 6 zu 0, ey. Boah! Da ist noch Zeit und so. Oh, ne, da hab ich nicht! Och, scheiße. Oh, Mann. Ist ja krank. Weg! Oh! Oh! Lewandowski! Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und der kommt genau an! Einfach weg damit! Einfach weg damit! Boah! Ich muss eins nur halten, ey! Hannover gibt jetzt alles! Ich muss nicht alles abwärmen, was Hannover bringt. Boah, ich muss halt nicht alles abwärmen. Muss ich aufpassen. Alter, was macht der? Nehmt er den Ball hin an! Boah! Boah, nee! Boah! Alter! 1-0! Boah! Der Sieger der Partie, Borussia Dortmund! Boah! Boah! Ist vorbei, ey! Boah! Knack, ey! Boah! Und die für Chancen hatten! Keine Chance für den Gegner! Wahnsinn! Ja, nee! Ist klar! Keine Chance! Das war das Tor! Was die für Chancen hatten, ey! Boah! Darüber will ich gar nicht nachdenken! Naja, war ein krasses Spiel! Bis auf die rote Karte wieder! Hm! Das ist irgendwie in jedem Spiel, ne! Boah, was ist denn hier? Ja! Moment! Na, hier! Sperre, ja! Sperre abgelaufen! Wer ist denn da jetzt? Der Schmelzer verlängert! Keil auch! Marco Reus hat abgelehnt! Ungleich mit Vertragsdauer! Ja, Leilo verlängert sowieso! Hat! Okay! 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 Wir haben nur schwächere Spieler angenommen, ne! Na gut! Wenn ich das zum nächsten Mal irgendwann nochmal machen! Oh! Vielleicht kommt unser nächstes, das dritte Gruppenspiel von der Champions League! Großkreuz hat aber angenommen! Gut! Ach! Der Weinpferd hat auch abgelehnt! Dann hole ich ihm neuer! Wäre Spaß! Ähm! Wir sind immer noch Zweiter! Ja! Lassen wir mal gegen Wolfsburg spielen, ne! Schade! Naja! Ich mache einen Cut! Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder! Bis dahin! Tschüss! Since..